hallo und herzlich willkommen zu einem neuen magitex adventskalender video heute zum vorletzten türchen und zwar türchen nummer 23 und heute möchte ich erst mal wieder neuen abonnenten grüßen und zwar hier den luca fifa mobile viel spaß auf meinem kanal und herzlich willkommen so dann sag ich mal noch einen schönen vierten advent was euch noch heute den tag schön ausklingen und morgen werdet ihr hoffentlich reichlich beschenkt ich fahre morgen zu meinen zu meiner zu meinen eltern also mit meinem bruder zusammen und ja ich denke mal wir öffnen jetzt mal türchen 23 ich bin mal gespannt was da drin ist ich denke nur zwei karten wieder ich denke mal morgen sind drei oder vier drin hoffe ich mal so dann öffnen wir mal das türchen so nehmen wir die mal raus wir haben zwei karten wir haben ein bundesliga moment und zwar frank ribery der ja gestern richtig aufgedreht hatte richtig cool zwei tore und raffinia mit seinem ja wie soll man sagen soll eine flanke gewesen sein und ist ins tor gegangen also ein geniales tor ja also sie sind wieder richtig rangekommen an dortmund noch sechs punkte alles noch machbar hätte ich vorher nicht gedacht so und da haben wir natürlich mittelfeld angriffswert 81 dann abwehrwert 36 7,5 million marktwert und die karte nummer 261 und die karte nummer 261 so dann haben wir hier von der wechsel also von leverkusen ein abwehrspieler und zwar ist es wendel er hat ein abwehrwert von 84 angriffswert 44 und hat einen marktwert von 8,5 millionen und hat die karte nummer 195 ja bei der wechsel ist ja heiko herrlich entlassen worden der nächste trainer wird wahrscheinlich oder ist peter bosch der ehemalige trainer von dortmund ja also ob ich das richtig finde ich glaube er nicht weil heiko herrlich hat eigentlich seinen guter einen guten job gemacht und ja nur weil halt jetzt die letzten spieltage oder was weiß ich was da war nicht so gute resultate waren haben sie den entlassen und jetzt peter bosch ich weiß nicht am anfang war ja in dortmund richtig wie soll ich sagen er hat ja richtig die mannschaft wieder aufgebaut und alles und ist auch abgegangen und dann am schluss ist natürlich bergab gegangen mal gucken wie es bei leverkusen für ihn läuft ja das sind dann hier die zwei karten aus dem türchen 23 also noch ein türchen und dann haben wir es geschafft und ich denke mal morgen sind drei oder vier karten drin denke ich mal ich hoffe euch hat dieses video gefallen wenn ja zeigt es mit einem daumen nach oben und falls du noch kein abonnent bist und gegrüßt werden willst kannst du kostenlos meinen kanal abonnieren und da würde ich mich sehr darüber freuen dann würde ich mal sagen morgen zum letzten video dann ja dann sage ich mal ciao